Hm, bist du der Mann, der hier rumgetaucht ist? Ja, ich denke schon. Deinen Typ erwartet, der professionell aussieht. Ich kann dich hören, das weißt du schon. Wie auch sei. Kannst du etwas für mich tun? Solltest du mir nicht erst mal sagen, wer du überhaupt bist? Ich bin Elli. Ich studiere Biologie an der örtlichen... Gerade was? Radiothetenschule. Radi... Äh, in der Schule. Ich bin nach Berichten über Anomalien in der Gegend hergekommen, um Nachforschung anzustellen. Verreden. Okay. Was willst du? Ich würde gerne die Ökologie des Blauen noch so untersuchen. Besorge mir zuerst etwas Aga-Aga und roten Seesternen. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist, nur nach jeweils zwei von diesen beiden zu verlangen. Ähm, besorg mir zwei von beiden. Dein Ton. Da will ich eigentlich gleich ablehnen. Hm. Da war eine Belohnung, aber... Wenn du sie nicht willst, ist das okay für mich. Eine Belohnung? Nun, ich habe ja nicht abgelehnt. Ich meine ja bloß, du könntest netter... Dass du netter fragen könntest. Wie eben auch sei. Beeil dich. Nicht trödeln. Du kannst dein Smartphone nutzen, um auf verschiedene Inhalte zu greifen. Sieh dir deine aktuellen Aufträge und mehr an. Die Spieleinstellungen können über das Telefon angezeigt werden. Alles klar. Na denn. Let's go. Achso, ne, wir haben auch kein Geld. Achso, den Dingens haben wir auch noch nicht. Ah. So. Ziel 1 ist es auf jeden Fall, ähm, erstmal vor allem das Inventar zu upgraden. Was wir halt mehr hier rausnehmen können. Orangefarbener Seestern. Oh, da ist ein Kochtöpf. Was gibt es denn in den Kochtöpf? Nehmen wir mit. Guck mal, Fisch haben wir ja... Ich sag mal noch ein bisschen was in Vorrat. Wenn wir jetzt vielleicht doch das ein oder andere hier noch mitnehmen können, dann ist das... Wo ist denn? Alles klar. Oh, doof. Guck mal. Achso. Ja, okay. Oh, da, da haben wir. Ihm��. Die Kommune hat es hier in somewhere. Ah, okay. Boah, jetzt bloß noch einen roten Seestern. Cool, wenn wir das vielleicht gleich beim ersten Mal tauchen mitnehmen können. Ansonsten haben wir ja noch den vom Abend Tauchgang. Das, was nicht verwertet wurde, wird auch weggeschmissen? Ich glaube sogar nicht, tatsächlich. Ah, dann. Zielen so ist doch ein bisschen schwieriger. Ich meine, der hat ja von dem blauen Kragen jetzt schon irgendwie zwölf Stück oder so eingeplant. Das werden wir ja dann in demnach gleich sehen. Puff dich mal aus. Will Puffi mitnehmen. Puffiii. Ja, Luft wird knapp. Puff dich aus. Los, Puff. Aber das Ding kannst du ja eh nicht behalten. Jetzt ist der Raptor. Nein, ich habe keine Bälle mehr. Neue Bälle. Neue Bälle. Jetzt aber. Ne, da müssten wir ja in der Theorie dann ja doch gut wenig von den blauen Fischen haben. Wenn das so ist. Dave, könntest du dich, was, konntest du dich gestern locker machen? Hm. Ich habe viele furchterregende Fische gesehen. Es wird nicht einfach sein, tiefer zu tauchen. Hm. Mir ist durchaus aufgefallen, dass die Fische im blauen Loch irgendwie eine boshafte Seite haben. Könnte es etwas geben, das sie verärgert? Wo wir beim Thema sind. Du solltest zusätzlich zur Harpune noch eine Pistole mitnehmen. Eine Pistole? Hallo. Ich habe einen Freund, der sich mit Schusswaffen auskennt. Ich werde ihn dir vorstellen. Das. Wow. Cobra. Das ist schon eine Weile her. Wer ist der Schräger aus dem Typ neben dir? Tut mir leid, das war gerade nicht das Netteste, was ich zu einem Fremden sagen konnte. Ich bin Dave. Und von Beruf Taucher. Ja. Interessant. Ich dachte, Taucher seien athletisch und muskulös. Du scheinst mein Vorwissen zu widerlegen. Wer im Glashaus sitzt. Also, worum geht es? Komm bitte gleich zur Sache. Ich habe ein sehr interessantes Geschäft begonnen. Haha. Und jetzt brauche ich ein paar Waffen. Dave, ich brauche deine Hilfe. Ja. Hm. Staffel 2 von Strastella ist sowieso gerade zu Ende gegangen. Ich werde dir mal zuhören. In Ordnung. Ich habe ein faszinierendes, riesiges, blaues Loch entdeckt. Das Terrain der Umwelt darin verändert sich jedes Mal, wenn du hineingehst. Seltsamerweise geht jegliche Ausrüstung, die du dort drin findest, kaputt, soweit man sie herausholt. Nein, ich möchte, dass du uns eine Waffe baust, die im Inneren verwendet werden kann. Hm. Das ist ziemlich interessant. Du hast sozusagen mein Interesse als Waffenforscher geweckt. Meine Hypothese ist, dass alles, was nicht aus dem Material des blauen Lochs besteht, wieder zerfällt. Es geht besonders, das geht besonders für Waffen, die aus Präzisionsteilen bestehen. Hm. Wir müssen die Materialien also selbst aus dem Meer holen. Ja, Dave, du wirst dich bei diesem Meister darf als Taucher beweisen müssen. Ich weiß nicht genau, warum ich mir dir gegenüber beweisen müsste. Sag mir einfach, was du brauchst. Da du anscheinend überhaupt keine Waffe besitzt, fangen wir mit etwas Einfachen an. Ich denke, ich benötige ein Seil und einmal Schrott. Du hast ihn gehört, oder Dave? Er tritt das blaue Loch rum, bringt ein Seil und Schrott mit. Übrigens, wenn dir auf halber Strecke der Sauerstoff ausgeht, schaffst du es nur mit einem Objekt zurück. Denk immer daran. Alles klar. Arschbombe! Da haben wir noch einen, noch einen Dingsstern. Noch mal den zweiten. Ah, klar. Ein bisschen tauchen. Ja, Jenny. Ein bisschen tauchen. Ja, Jenny. Ja, Jenny. Alles geht. Das ist eine Perfektion vom Spiel. Ja. Es ist mega geil. Schon länger überlegst, das Zeit zu holen, so. Aber... Und dann hat mich Gronkh gestern quasi noch überredet. Gronkh wer? Ja, du weißt ganz genau. Der hätte das gestern dann noch gestreamt gehabt und dann habe ich das halt wieder gesehen und dann dachte ich mir so, ach weißt du was, leck mich. Jetzt aber. Und jetzt. Und dann. Und dann. Ja. Und dann. Und dann. Und... Ist das reinigend oder stimulierend? Was? Was? Holz. Wir haben immer noch nicht das gefunden, was wir suchen. Achso, das weckt mich. Ah. Weiß ich noch nicht. Überlegs mir noch. Ja. Aber auch nicht das, was wir suchen. Silberne Schüssel. Ah, immer noch nicht das, was wir suchen. Wir haben nur Holz. Holz hier, Holz hier, Holz. Ich habe hier so eine Kackfliege, die mir gerade hart auf den Sack geht. Ich würde sie gerne töten. Meine überaus hyperaktiven, aber gleichzeitig auch viel zu faulen Tiere sind der Löffel nicht in der Lage. Also in der Lage schon. Wir sind bloß zu faul. Jetzt müssen wir uns ran halten. Wir haben auch gleich keinen Sauerstoff mehr. Okay. Aber ich glaube, das wird heute nichts mehr. Ich glaube, das kann man auch nicht nehmen. Nein. Oh, verdammt. Oh, Mendo. Und ich sag noch, das können wir noch mitnehmen. So. Was nehmen wir davon mit jetzt? Den ess ich oder die silberne Schüssel? Wofür ist denn die silberne Schüssel gehoben? Ich nehme die silberne Schüssel mit. Verdammt. Das ist mir noch nicht passiert bisher. Jetzt. Jenny sagt Essig. Gut. Nee, Essig habe ich tatsächlich schon häufiger gefunden. Ich weiß, dass man das fürs Aufwerten braucht. Ähm. 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 Ja. Zum ersten Mal Dave von der Schwerte des Tores zurückgeholt. Ah ja. Z. Aber die haben wir noch. Die haben wir noch. Das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm, Jenny. Tatsache, Autokochen macht das, macht die komplett leer. Tatsache. Okay. Gut. Dann werden wir das nicht mehr tun. Das wird halt aber auch nicht groß erklärt, ne? Ob der bloß die Aussage von wegen Jodes würde das halt alles vereinfachen. Öhm. Tatsache. Entspant. Ich bin halt der Tee-Eingieß-Profi. Immer perfekt. Gut. Das ist schon länger da. Oh, Dave, du hast 100 Goldmünzen eingesammelt. Das sollte genug sein, um alles zu reparieren, was kaputt ist. Dann gib mir etwas Zeit. Diese Reparaturen müssten ordentlich gemacht werden. Ich hoffe wirklich, dass die Gäste weiterhin kommen. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. Komisch, dass man immer nur bei jedem zweiten oder jedem dritten, vierten da gefühlt immer nur aufräumen muss. Das ist Hammer. Wieder fünf von fünf. Wir sind halt absoluter Vollprofi. Die Gäste Die Gäste